Max Data war einer der größten europäischen IT-Produzenten. Das zeitweise in Deutschland börsennotierte Unternehmen wurde 1987 von Holger Lampards gegründet und hatte Ende 2007 rund 1.000 Mitarbeiter, davon etwa 450 am Unternehmenssitz in Mahl. Zweitgrößter Standort war das Werk in Würselen, welches seit 2007 als Manulox Manufacturing and Logistics Services GmbH firmiert. Im Juni 2008 und im November 2010 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Der Name Max Data besteht weiter als eine Marke der S&MT-Produkte, die Produktpalette umfasste unter anderem Notebooks, Monitore, PCs und Server. Max Data adressierte mit seinen Produkten ausschließlich Fachhändler. Insoweit konzentrierte sich das Produkt- und Serviceangebot ausschließlich an den Anforderungen gewerblicher Klientel. Max Data war im Markt mit zwei voneinander unabhängigen Marken präsent. Max Data für Server, Mobile sowie PC-Produkte und Belinear für den Display- und Monitorsektor sowie den Notebook- und Home-Sektor. Geschichte Das Unternehmen wurde im Jahr 1987 als Max Data Computer GmbH gegründet und nahm 1990 die Produktion von Personalkomputern auf. 1992 wurden Notebooks in die Produktpalette aufgenommen. 1999 kaufte das Unternehmen die Produktion von Phobis. Die Metro AG verkaufte ihre Anteile an Max Data und es erfolgte die Umstrukturierung zur Max Data AG. Im Jahr 2003 wurde die Max Data Aktie zum Prime Standard zugelassen. Durch Restrukturierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2006 die Anzahl der Mitarbeiter auf 900 reduziert. Am 25. Juni 2008 stellte das Unternehmen einen Insolvenzantrag aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit. Das zuständige Amtsgericht in Essen hatte Rechtsanwalt Winfried Andres zum Insolvenzverwalter bestellt. Im November 2008 hat er den Markennamen Max Data an die Kwanmax Inc., einem Spezialisten für Embedded Computing mit Sitz in Taiwan, veräußert. Unter dem Markennamen Max Data werden heute spezialisierte Produkte für den B2B-Markt vertrieben. Die Monitormarke Belinear wurde von der Brunen It Group übernommen, Sonderfall Max Data Schweiz. Die als Max Data Computer AG in der Schweiz ansässige und damals 100%ige Tochter von Max Data AG, Deutschland, war zu keiner Zeit insolvent. Durch die Schließung des Lieferwerks Würselen Ende 2008 musste ein neuer Partner gesucht werden. Ende 2008 übernahm Brunen It die Aktienmehrheit. Die Firma wurde umbenannt in Belinear AG und positionierte sich neu mit der PC- und Notebookmarke Belinear auf dem Schweizer Markt. Alle Altgarantien aus der Max Data Ära wurden in der Schweiz vollumfänglich von der Belinear AG übernommen, dies im Gegensatz zu allen anderen Landesgesellschaften. Kwanmax übernahm im November 2010 das Aktienpaket von Brunen It und die Firma wurde in Max Data AG umbenannt. Eine Minderheit der Aktien verblieb beim Management. Seither wird die Eigenmarke Max Data Inns von Kwanmax produziert und in der Schweiz an den Fachhandel vertrieben. Ehemalige Aktionärsstruktur Siegfried Kasske 47,7% Sonja Kasske 22,9% Streubesitz 26,0% Eigene Aktien 3,4% Diese Sendung und Schatzke itself STRZUCH Siegfried Kasske 4000, 9,213 instead Siegfried Kasske Elektronik Siegfried Kasske